Da sind ganz viele Affen, also bis zu 150 sind da unterwegs. Und die können euch manchmal so nahe, so nahe, wenn die gar nicht haben. Ich kann das sehen. Guck mal, hier vorne schauen wir uns an hier. Nee, da kommt keiner. Weil immer wenn die Party machen, malen die sich genauso an hier, weil das richtig toll aussieht. Und guck mal dahinter, hier vorne links, da sind zwei, stehen ziemlich dicht zusammen. Und der hintere von den beiden, das ist unser Fabeltier. Das ist ein Einhorn. Ja, Einhorn. Woher kommt das? Die haben zu deutlich diskutiert und das ist einfach Einhorn abgebrochen. Kann schon mal passieren. Und die Jungs und Mädels hier von der Insel, die haben jetzt gesagt, nee, das ist mir ein bisschen ungemächtig draußen, ich gehe mal wieder ins Haus. Die sind jetzt immer wieder mit Ruhig. Wir haben sich gerade mit einem Haus, 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 mit einem Haus.